Hm. Jeder erwartet das Fortnite-Turnier? Ja, warte, da muss ich mich noch schick machen. Spiegel. Perfekt. Yeah! Und hey ho meine lieben Tiff-Hafreund, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute reden wir nochmal über das Fortnite-Turnier von mir. Nämlich, ich habe jetzt einen Termin festgelegt, nämlich der 16.3., das sind zwei Wochen am Samstag. Ich hoffe, da kann jeder von euch, wenn nicht, dann muss ich es halt nochmal verlegen. Weil eine Woche früher wäre etwas schlecht, weil da habe ich geplant, dass der Benjamin zu mir kommt, der nimmt übrigens auch ein Turnierteil. Und eine Neu-Cut, nämlich ich nehme jetzt selber auch teil. Also, ich habe mich da selber auch reingetragen und ja, ich zeige euch mal, wie das Achtelfinale ausgelost wurde. Ihr müsstet jetzt hier den Turnierplan sehen. Und ich muss sagen, Ramin und Benjamin haben beide eine Brockenaufgabe gegeneinander. Weil Ramin ist halt ein PC-Spieler, einer von beiden, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob der Noah auch ein PC-Spieler ist, aber Ramin und Karim sind es auf jeden Fall. Und da hat Benjamin schon mal eine Brockenaufgabe bekommen. Und, aber, ja, ich blende dann noch die Prognose ein, die ich aufgestellt habe. Das zweite Achtelfinale, mein Bruder gegen den Noah. Also, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob der Noah auf PC spielt, aber ich glaube, er spielt auf PS4. Und mein Bruder spielt auf Nintendo Switch. Und, ja, das wird auf jeden Fall auch spannend, weil ich, was, mein Bruder kann gut spielen. Er kann, wenn er will. Dann, boah, 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 Christoph, du hast eine bockschwere Aufgabe bekommen. Du hast nämlich den Karim an PC-Spieler bekommen. Kam mir geschenkt, was und zwar. Ja, ich weiß die Bedeutung, nee, 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 nee. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, wenn Christoph da das Dagegen schafft, dann ist er Gott. Bruder, ich bin Gott, Schasch. Und ich muss gegen einen Klassenkameraden antreten, nämlich gegen Kiwi-Lol. Ich weiß nicht, ob du willst, dass ich dann echt einen Namen nenne. Bei den anderen weiß ich so ein Glück, dass das da kein Problem ist. Hm, dann spielt's nochmal jetzt eh Kiwi, von daher. Bruder, ich bin eine Kiwi aus Schrottplatz. Ich werde die Ehre entwenden und dann darauf etwas aus meinem Arsch verschwenden. Ich werde vor allem Benjamin rasieren, aber zuerst muss er mich masieren. Danach klau ich in seinen Schwanz, damit er nie wieder Pisse trinken kann. Und dann werde ich das Turnier glorreich beenden und meine Lebenszeit verschwenden. Das wird eine ziemlich ausgeglichene Partie und ich würde sagen, ich blende jetzt meine Prognose ein. Genau, die Uhrzeit. Uhrzeit, ich hätte gesagt 16 Uhr. Hat dann jeder am Samstag zart. Ich schaue mal auf meinen Discord-Server unten in der Videobeschreibung. Dann können wir mal genauer in einem Sprachtschirm darüber reden. Ja, ansonsten 16.03. Samstag übernächste Woche. Um 16 Uhr wäre das Turnier. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wahrscheinlich morgen bei WeParty. Mit meinem Bruder. Tschüss, haut rein.